Wer Angst vor dem Tod hat, hat auch Angst vor dem Leben. So lautet ein Sprichwort, so lautet eine Weisheit. Und da steckt auch viel drin. Und ich meine auch ein Grund, weshalb in westlichen Gesellschaften so viele Menschen Ängste haben im Leben, ist, dass Menschen sich keine Vorstellung machen für das Leben nach dem Tod. Menschen verdrängen den Tod und so verdrängen sie oft das Leben. Und wer nicht weiß oder keine Vorstellung hat, was nach dem Tod sein könnte und deshalb unbewusste Ängste vor dem Tod hat, wird immer dann Ängste haben, wenn irgendwo etwas durcheinander gerät. Daher, wenn du die Ängste in deinem Leben überwinden willst, vielleicht solltest du mal überlegen, was geschieht nach dem Tod. Mein Tipp wäre zum Beispiel, beschäftige dich mit der Theorie von Karma und Reinkarnation. Ich habe dazu ja ein Buch geschrieben, Karma und Reinkarnation. Und wenn du so die Berichte liest von Menschen, die sich an frühere Leben erinnern, sei es als Kind, sei es in der Rückführung, dann bekommst du plötzlich eine Gewissheit, Ja, es geht nach dem Tod weiter. Und wenn du Berichte liest von Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben und berichten, wie schön es war, als sie klinisch tot waren, verlierst du die Angst vor dem Tod. Und wenn du die Angst vor dem Tod verloren hast, weißt du, du brauchst auch keine Angst vor dem Leben zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du etwas falsch machst. Plötzlich, wenn du an Reinkarnation glaubst, weißt du, was du in diesem Leben nicht richtig machst, kannst es im nächsten Leben noch nachholen. Und wenn du auch weißt, dass du anderen nichts antun kannst, was nicht in ihrem Karma ist, verlierst du auch Ängste, tätig zu werden. Und wenn du weißt, dass auch andere dir nichts antun können, was nicht irgendwo in deinem Karma angelegt ist und was dir nicht auf irgendeine Weise weiterhelfen kann, dann brauchst du auch in diesem Leben weniger Angst zu haben. In diesem Sinne, wenn du Ängste hast, dann beschäftige dich mit dem Tod und mit dem, was nach dem Tod ist. Wer keine Angst hat vor dem Tod, der braucht auch keine Angst zu haben in diesem Leben.